was geht ab und herzlich willkommen zu der zweiten runde von league of legends winter freunde keine ahnung wie das heißt egal ist eben event wie schon ersten teil hat eben mit jenks abgerippt versuchen dass wir den ap man das auch so gut machen kann auch mit ad einfach distanz und feuer 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 bei aris auch oft ist das alles eigentlich aber bis jetzt habe ich auch mal mit api gespielt akari dann war es noch irgendeiner auto zu verloren und jetzt mit agri anders wird so hatten wir auch gerade der hat mit springt und der hooker in der rücken kann für das nichts gut ist auch nice gegen serath ein heimatlinger hat sich übelst auf der map ich fange mal mit den items an ich will das große buch bauen danach gehe ich auf schuhe ap ap api magic krisis oh ich habe das ist gekommen so schnell kann das nicht gehen Nein, ey. Bam. Fuck, der hat mich getroffen. Ey, nicht cool. Oh, was macht der denn da, ey? Oh, nicht gut, natürlich getroffen. Guck mal, diese Drecks-Türme, ne? Drecks-Tower, ey. Ich hasse er, voll. Ah. Drecks-Tower steht's. Wir können gleich unseren Poro beschreiben. Oh, hat der Glück gehabt, ey. Das nennt man einen Lacker, ey. Oh, mein Gott, er macht kein dmg. Poro King. Der Blitz-Crank, ey. Guck mal, wie schnell der tot ist. Oh. Bam, Treffer. Was ist denn, Alter? Der Jumper-Boy auf der Map. Boah, Mana. Mana-Rack, please. Double-Stun. Du kommst hier nicht weg. Oh. 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 Geh doch da weg. Ich bin echt dumm, Alter. Was macht der denn da? Toll. Toll. Ich hasse das, weil ich keine Mana habe. Das ist Eddie-Carry auf der Map. Guck, ich hab den noch gestunnt, Alter, mit meiner E. Damit der hier nicht abhauen kann, der Precks-Boy. Boah, der Blitz-Crank, Alter, fuck die einfach von sich weg. Ich hasse das, ich hasse das, ich hab Ul-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi. Shutdown, Brissar. Alter, der Damage. Der Damage of Doom. Ah, jetzt macht gar keiner Damage auf den Tower eigentlich. Oh, oh. xgg Weil ich nur kائfe xd Julg SMX Fank, fank, fank Out-out-play, Alter Oh, Mann, ey Deluxe hab ich out-played, Alter Ich mach einfach kein Damage mit meinen Q, ich brauch die ganzen, hier, fank, Attacks hier Bam, ich wusste das hier, dann du Dreckstürmer, ey Ich hasse das übelst Tchuu, Poro Alter Alter Boah, da komm ich nicht mal weg, ey Instant Stun Was das für ne Ulti gewesen vom Viertel Alter Die Ulti, du Oh, jetzt bin ich tot Ahaha, die Lux, ahaha Ah, beste Lux, Mann Oh Tchuu, tchuu, tchuu Dance daaaaaaance Dance dance daaaaance Boom, ey Was will der Typ eigentlich? Ich jump doch nicht zu ihm, aber bist ich? Oh, kommt ne Ulti! Shit, Fiora! Die gute Fiora wurde gekillt Porro King! Oh, oh, oh! Verdammt! Oh! Verdammt! Ja! Schade, die Fioraас sind. Und was schlafen die Anweisung? Aber die Gäste an die Aufgabe wird der Typ, der Typ 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 der typische von den Typ der caugl 특히 der Typ 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 der Typ. Oh shit Ich habe einfach zu lange gewartet Ich dachte ich komme auch nochmal weg Shit, Alter Ich dachte ich komme einfach so weglaufen Aber nee Damn it Der Heimer, Alter Das sind ne Items, Mann Oh shit 80 nur Bamm Fetter oder was? Okay Alter, das ist die Linie oder was? Troll, Troll, Troll Was macht der Blitz? Ist der Blitz oder was hat der gemacht? Alter, gerade Oh shit Oh shit, Alter Oh fuck, Alter Der Damage Was? Krass, Alter Irgendwie baue ich irgendwie gerade richtig scheißlauer Ja, die falschen Items Oh shit Naja, Alter Komm, die Maske muss ich zu Ende bauen Kacke Ich habe irgendwelche dreckiges Items zuhaut Oh shit, ich kenne mich jetzt auch auf so Oh shit, ich kenne mich jetzt auch auf so 集 Ah, Mann! Warum trifft die mich denn, Alter? Krass! Okay. Fuck, damn shit. Ahaha, lupé ça! Oh, Blitzcrank! Really? Oh, fuck. Oh, mein Gott, oh 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 mein Gott! Naja, das ist selbstmord da reinzugehen. Oh shit, Alter, die Kanone. Kann grad übelst nix machen. Ja, guck mal, da kommt diese behinderte Ulti von Lux, ey. Was soll man denn da eigentlich noch machen, ey? Gar nicht. Braucht Damage einfach. Ah, Blitzcrank, ey. Ich dachte, der kommt noch weg, Alter. Ja. Dieser Drexil, ne, Bruder? Und jetzt aber Randa. Wir dürfen nicht verlieren. 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 Heheheh. Geh mal weg. Boom. Shit. Alter, was ist das denn? Alter, was ist das denn? Habt ihr daneben verloren? Da sind die Kanonen drinne. Alter. Dieser Damage. Was zum Glück. Was ist das denn hier? Es ist sehr schön. Was ist das denn? Werden Sieg haben. BAM NEIN Shit Ich mach gar kein Damage man Alter wie? Hahaha Oh man alter Was macht der da? Ah ok Das kann ich nicht mehr halten Häuser Damage alter Laserstrahler Ja guck mal Und dann bin ich tot Nice Was ist das hier? Ah ne wir haben jetzt gekillt Ah shit Das hat er läuft ja Das war nicht so Es ist doch nicht so Die 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 Putzkeule, alter Ah Ah, verdammte Scheiße Ich hasse das, alter Laserstrahl Den haben die Was ist das, alter Was ist das, alter Was ist das, alter Schluck Verdammt Verdammt Amo, alter Nächster Down Damage ist weird Der Stormer an, alter Hahahaha Oh Don't play Einmal noch, komm Run Poro Run Poro Run Poro Oh Mein Gott, alter Warum sind die so schlecht Alle hier bei mir Heil mich Poro Hahahaha 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 Ah, komm. Alter, wie ich das hast. Der Lizzyn ist auf K. Lizzyn ist auf K und wir verlieren. Das ist irgendwie so um dem Steam ist, alter. Wir lose, wir lose. Ach du Scheiße. Ich sehe hier nichts, alter. Wo bin ich, alter. Ah, ich bin der Best. Haha, Treffer. Ah, die brauchen noch zwei Mal Treffer rein. Haha. Daneben, daneben. Ach, der Falschen getroffen ist. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Ich Idiot, alter. Was? Oh, klatsch mir. Oh mein Gott. Diese Ulti vom Viertel. Nice. Wow, Alter. Einer stirbt jetzt wegen der Ulti von Nux. Der Einer ist schon down. Kommt zurück, guys. Bitte. Oh, die Fiora ist einfach greedy, alter. ster. No, das ist disappointing. Was macht der denn, alter? Ach, der SCHW-R voi25 hat er mit Körper in Mecklen. Mach's fleisch wie ich, alter. Mach's mal vorhin. oh shit alter wir müssen kaum leute back am mod ulti ich hab den wieder genommen oh fuck eins 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 shit getroffen ach das zählt jetzt nicht wenn wir treffen oder was alter Go 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 Finish Finish guys Ich hab doch eh gedrückt zum Porukin Oh mein Gott, Alter, was ist das für ne Scheiße Komm GG Wer fliegt Krass, der Scheiße Fegentuck und die haben fast verloren Boah, Shit, Alter So, das war ne zweite Runde von Porukin Scheiß-Aoberungs-Kack Bis zum Hiss, mein Leute